Hätten Sie vielleicht mal Lust, was essen zu gehen oder so? Hört sich gut an. Spitze! Sehen Sie, so lernt man Leute kennen. Ich hab's mit Online-Dating versucht, aber da ist einfach zu viel Konkurrenz. Kleiner, gutaussehender, leicht beharrter, frischer Single-Verkäufer. Kleiner, gutaussehender, leicht beharrter, frischer Single-Verkäufer. Kleiner, gutaussehender, leicht beharrter, frischer Single-Verkäufer. Hi, ich bin Al Harrington vom Al Harringtons wappelwackelarmigen Windhosen-Kamerad-Verkaufs-Imperium. Aufgrund einer brutalen Scheidung, sozialer Inkompetenz und des Drängens meines Therapeuten suche ich nun online eine Frau für einen kleinen, gutaussehenden, leicht beharrten, frischen Single-Verkäufer. Und hoffentlich führen mein ziemlich geschöntes und absolut frisiertes Internetprofil und das gefotoshoppte Bild von vor zehn Jahren zu einer Nacht voll körperlicher Intimität mit dir.